Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute The Boss House und Jolene. Jolene ist eine Frau, die Angst um ihre Beziehung hat. Der Song wurde klasseübersetzt von der Klasse 9b der Sekundarschule am Petersberg in Wallwitz im Saale-Kreis. Die Geschichte erzählen euch Robin und Caro. Deine Schönheit ist nicht zu vergleichen. Dein lockiges, kastanienbraunes Haar. Deine Haut ist so schön wie Elfenbein. Und deine wunderschönen, smaragdgrünen Augen. Dein Lächeln ist wie ein Hauch von Frühling. Deine Stimme ist so weich wie ein Sommerregen. Und ich kann nicht mit dir mithalten, Jolene. Ich frage mich gerade, warum sie solche Angst hat. Er redet im Schlaf über dich. Es gibt nichts, was ich tun kann, um meine Tränen zu unterdrücken, wenn er deinen Namen sagt, Jolene. Doch ich kann es verstehen, dass du meinen Mann ganz einfach nehmen kannst. Aber du weißt nicht, was er mir bedeutet, Jolene. Sie liebt ihn und will ihn nicht verlieren. Was ihr Mann zu diesem Thema sagt, wissen wir nicht. Aber diese Jolene muss echt eine Hammerbraut sein. Du kannst jeden haben, aber ich könnte niemals jemand anderen lieben. Er ist der Einzige für mich, Jolene. Ich musste dieses Gespräch mit dir haben. Mein Glück hängt von dir und deiner Entscheidung ab. Und deswegen bittet sie Jolene, ein letztes Mal ihren Mann in Ruhe zu lassen. Jolene, 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 Jolene. Jolene, ich flehe dich an. Nimm mir meinen Mann nicht weg. Jolene, bitte nimm ihn mir nicht weg, auch wenn du könntest. Jolene, Klasse übersetzt von der Klasse 9b der Sekundarschule an Petersberg in Wallwitz bei Halle, ist jetzt in der SAW-Mediathek, wo ihr es jederzeit anhören könnt. Und für Klasse übersetzt mit mir könnt ihr euch immer wieder und jederzeit bewerben, auch im Netz auf radio-saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-saw.